Musik So, Männer, kommt mal zusammen. Mal Danke sagen. Letzter Soundcheck. Wo sind wir, Jungs? In Regensburg. Letzter Soundcheck, letztes Konzert heute Abend. Ja, danke für all das, was da hinter uns liegt, für alles, was ihr uns gegeben habt. Für all das, was wir euch geben durften, für diesen Energieaustausch und ja, für diese grandiosen Konzerte. Wir haben, glaube ich, jedes einzelne Konzert genossen. Absolut. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr viel Spaß gemacht und eine sehr, sehr positive, wie sagt man, Resonanz und erfahrene Band mit der Crew. Ja, vielen Dank an die Crew. Wir haben immer einen guten Job gemacht. War eine kleine, aber sehr feine Crew. Man kennt sich, das hat man gemerkt, da lief alles irgendwie am Schnürchen und Hand in Hand. Ja, war einfach großartig. Schön wie in der Band, Crew, Publikum. Eine sensationelle Tour. Und ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Hoffen wir, dass es nicht wieder sechs Jahre dauert, bis der B auf Tour geht. Auf gar keinen Fall. Okay, in diesem Sinne. Bleibt uns treu. Tembe. Danke. Und zu einer Band. Ja. Danke. Liebe. Es mache Ärmelin. Ich bin Home von Four yardage. ? Und ich bin großartig.